Okay, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Among Us mit Tobi, Lisa, Timo, Lukas und Max. Genau, Max habe ich vergessen. Und wir starten in eine neue Runde. Oh Gott, ich muss mich nicht blüten. Ich habe das jetzt voll super gelernt. Und das passiert mir alles nicht wieder, dass ich sterbe. Und ich habe eine völlig geile Mütze. Dieses Mal fahre ich nicht auf die fiesen Tricks rein. Ich habe Blutgruppe A-? Das ist ja gar nicht wahr. So, guck mal. Ich habe jetzt null auf die anderen am Anfang aufgepasst. Aber wirklich null. Das war vielleicht ja nicht fail. Ich habe echt nichts gemerkt. Hä, ist schon irgendwas? Da lag eine Leiche. Wie reporte ich denn? Ähm, ich habe keine Ahnung. Max lag tot auf dem Vent. Auf welchem Vent? Ähm, bei dem war Electricity. Electric, Lisa, Van Edmund. Warte mal kurz. Was ist überhaupt der Hotkey für reporten? Ich habe die ganze Zeit E gedrückt. Aber dann bin ich, habe ich ja meine Aufgabe gemacht. Road Key is her. E ist, sag ich, die Maustastung. Ja, äh, report. Also ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung, wer es war. Ich weiß nur, ich habe den Keller nicht gesehen. Und Max ist tot. Und ich muss sage, wo warst du gerade, Lukas? Ich war in Navigation. Navigation. Ich war, also erst war ich in O2 drin, habe dieses Blätterding da gemacht. Dann habe ich den Hebel umgelegt in O2 und bin zur Navigation gegangen. Ich weiß nicht, wie lange Max schon tot war, aber er hat ein bisschen streng gerochen. Aber ich glaube, dass der Killer, ich hätte den Killer gesehen, wenn er rausgegangen wäre. Also muss aber den Vent verschwunden sein. Jeff, wo warst du? Ich war in der Cafeteria. Was in der Cafeteria? Ja, ich habe Kabel. Okay, dann könnte von Electric nach Medbay gewendet sein. Tobi ist halt am Anfang nach links gegangen, das habe ich gesehen. Ich war, ich war ganz alleine auf der Komplettung. Ich kam von oben runter. Also ich bin den oberen Weg aus. Ich hatte, ich habe kurz im Medic meine Aufgabe gemacht und bin dann nach unten gelaufen. Also mir kam niemand entgegen. Und es ist niemand mit mir mitgelaufen. Also derjenige muss nach rechts weggegangen sein oder gewendet. Das kann ich sagen. Das Ding ist, Tobi, du hast gerade gesagt, du hast die Kabel da gemacht. Aber die Kabel oben sind nie die ersten Kabel, die du fixen musst. Ja, ich bin ja auch vorher, du weißt, ich bin vorher ja nach links gegangen. Wie nach links gegangen? Ja, also von der Cafeteria bin ich nach links gegangen. Wo hast du denn links Kabel gemacht? In, wie heißt das Ding? Schreibt es jetzt in die Kommentare, wenn ihr denkt, das ist Tobi. Nein, das, bei dem, wie heißt der, diese Reaktoren? Ich glaube, Tobi lacht zu sehr. Ja, da gibt es auf jeden Fall keine Kabel. Aber Lisa, was hast du gemacht, die Runde? Ich war bei Weapons, habe oben Download gemacht, bin runter zu Atmen, habe Upload gemacht und sie konnte. Ja, das habe ich gesehen. Tobi sehr stars. Aua. Das schmerzt. Oh. Oh. Ich habe geskippt. Ja, ich habe keine festen Beweise dafür, warum wir dann rauskommen. Okay, okay. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr denkt, dass es Tobi war. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es ich nicht bin. Irgendjemand ist gerade zu mir gerandet. Ich habe es nicht gesehen. Oh, gute Telefon. Timo überwacht irgendwen. Ich gehe halt wieder zum Reaktor hier hin. Ich habe tatsächlich, ich habe überhaupt keine Ahnung, weil ich niemanden sehe. Ich traue Tobi halt nicht. Wir machen das so, dass wir jetzt Tobi überwachen. Ja, das ist gut. Nee, das ist gut, das ist Jeff. Das ist Jeff. Er hat Fabi gerade in den Elektrik geraten. Also es war eindeutig Timo. Nein, du bist gerade in Wendt gesprungen und Lukas kann beweisen, dass ich Ihnen die ganze... Wo sind denn die Beweiser? Ja, Timo, ich dachte... Ich habe gezählt, wie lange du brauchst für den Download. Ja, nee, Timo, ich glaube, du bist... Gibt es da eine feste Sekundenzahl? Ja, da gibt es eine feste Sekundenzahl. Ja, das ist Timo, das ist ein Self-Report. Ich war die erste Runde bei Lisa. Ich war die ganze Zeit bei Lisa die erste Runde. Ich konnte den ersten Kill gar nicht machen. Ich war die ganze Zeit bei Lisa in Admin. Es ist Jeff, Lisa, bitte vertraue mir. Bitte vertraue mir. Danke. Ich habe mich echt unten in der Elektrik hingestellt, weil ich euch nicht alleine lassen wollte. Ich stand so um die Ecke, weil ich mir dachte, okay, warum steht die Tobi die ganze Zeit da hinten in der Ecke auf dem Vent, ey? Der war ja das Download. Ich habe geschrien, als ihr das Osama Tobi nicht rausgewordet habt, dass ihr einfach einen Unentschieden rausgehauen habt. Nach der Erklärung, nach der Erklärung von Tobi... Ja, ich war... Wir haben uns ja unabhängig. Und haben da... Wie heißen denn diese... Die Antriebe, da ist doch ein Elektrik-Ding, wo man Tobi machen kann. Nein, da ist kein Kabel-Ding. Da ist echt kein Kabel-Ding? Weil Security ist halt da. Okay, gut. Gut, dann sage ich das nächste Mal einfach Security, weil sie nicht verstanden. Okay, okay, Tobi war's, der miese Wicht, ey. Ich habe ihm von Anfang an misstraut. Nee, habe ich nicht. Ich habe ihm erst misstraut, dass er da oben auf dem Vent stand. Okay, okay. Da ist jetzt gerade Lukas an mir vorbeigelaufen. Den habe ich gerade... Was ist mit ihm? Warum läuft mir Lukas? Kannst er hinterher? Mein Gott, ich weiß nicht. Ich habe... Ich glaube, er ist gerade stehen geblieben. Es könnte Lukas oder Max sein. Wir müssen schnell was gucken. Warum rennt er mir die ganze Zeit hinterher? Da ist Tobi wieder. Timo. Ich weiß nicht genau. Warum rennt mir die ganze Zeit Lukas hinterher? Tobi ist bei Lukas oben. Ich weiß nicht, wem ich davon misstrauen soll, von den Leuten. Wo war die Leuchnung? Okay. Ähm, ich frage erst mal, ich frage erst mal die Wort. Wie war's? Ich war in Navigation drin. Also erst mal ist es technisch gar nicht möglich, dass ich es gewesen sein kann. Lukas stand die ganze Zeit quasi neben mir. Und erst als ich weggegangen bin, Lukas, du hast oben Tobi überwacht. Ne, ich war beim Download, aber ja, Tobi war auch da. Und ich bin nach rechts rüber gegangen. Und dann sag mal, wo Max gelegen ist. Admin. Ja. Merkste, Admin ist ganz links auf der anderen Seite. Wie soll ich denn da hingegangen sein? Tobi, Tobi und ich sind gemeinsam oben zur Cafeteria gegangen. Wie hätte ich denn, wie hätte ich denn zu Admin gehen sollen, innerhalb von einer Sekunde oder was? Also war es Lukas oder Timo? Äh, nein, 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 nein. Merkste, das ist doch schon wieder Tobi. Was? Hä? Ich war neben Lukas. Ja, aber du, aber wer weiß, wie lange Max da schon liegt? Nein, 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 Tobi ist doch mit uns hochgegangen, Fabian. Ja, weil wie lange, wie lange lag denn Max schon? Das weiß ich nicht. Gemüffelt hat er aber schon. Ja, warum hast du dann mich? Ich weiß, du hast mich gemüffelt, weil du mich schon gesehen hast. Warum hat Tobi mich instant verdächtigt, obwohl ich es nicht gewesen sein kann? Und warum sagt Tobi gerade, dass er gemüffelt hat, wenn er die Leiche gar nicht sehen könnte? Das riecht man bis in den Waffen aus. Also ganz, ganz, ganz kurz. Hallo, ähm, für mich kommt Timo in, äh, in den Dienst. Okay, warum war es kein Self-Report? Weil es kein Self-Report ist. Okay, ja, ich weiß auch gar nicht. Also, ähm, als die Lichter ausgegangen sind, ähm, habe, ich bin, okay, ich gebe es zu, ich habe es nicht gefixt, weil ich dafür mal Panik und Angst habe, dass ich gleich gekillt werde. Deswegen war es nicht alleine in mir. Hallo, ich bin nicht mal fertig mit Reden, Mensch. Und, ähm, Timo meinte, er war Navigation. Aber von Electric zu Admin habe ich nicht mal fünf Sekunden gebraucht. Wie soll er dann bis da oben hinkommen? Also, ich denke mal, dass er gementet ist. Ich stelle aber auch, dass es Timo war, weil Lisa... Das heißt man schon lange wieder... Der Max hat die Leits gefängt. Ich habe die Leits gefängt, aber okay. Ich habe es oft, doch Lisa hat nichts gemacht. Und aus dem waren die Leits lang wieder an. Ja, ich bin so, die Leits waren lang wieder an und ich bin bis Navigation gelaufen. Wisst ihr, warum ich dachte, dass es Timo ist? Weil Lisa selten die Lichter ausmacht. Ja, das habe ich auch noch. Ich habe es locker bis auf Navigation gestafft. Ich bin sogar einmal um Navigation rumgelaufen. Aber Max ist immer der erste Tor. Kräck, jetzt war mal Helmich nicht als erstes in Köln. Oh Mann, ey. Wenn Max war nicht als erstes in Köln ist, ist er im Post. Und bitte nicht immer zu dritts decken, also in Köln. Und was? Bitte nicht immer zu dritts decken, das ist echt aussozial für den Imposter, vor allem, wenn er alleine ist. Ich war eine ganze Zeit alleine. Nein, das war halt nur gerade eben, als wir gemeinsam im Atmen waren. Und dann hat sich die Leits gefixt. Ja, und Lukas hat die ganze Zeit so fies hinter der Ecke. Ich dachte mir, der guckt mich so komisch. Aber ich habe die Leits hat wirklich gefixt. Einer läuft raus, als die Leits aus waren. Lisa läuft einfach durch die Leck, macht nichts. Ich fixe die Leits, nach Marke auch. Aber Max ist da auch rausgelaufen. Ja, ich habe, ich habe, ich habe, habe ich auch. Oh Mann. Also ich bin reingelaufen, dann ging die Leits an, dann bin ich sofort wieder weg. Okay, okay. Äh, was haben wir denn zu tun? Äh, okay, ich muss hier runter. Das ist immer noch angenehmer als, ähm. Moment. Magst du es nicht hier? Wo ist Max hin? Oh, das hier, das ist immer nervig, immer diese komischen Downloadsachen. Das dauert immer so ewig. Aber eigentlich geht es ja. No. Ah, nee, ich gehe da jetzt nicht hin. Ich will ja Piu-Piu machen. Okay. Oh, 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 oh. Timo rennt da rüber. Timo rennt auf jeden Fall woanders hin. Warum ist Timo, Tobi? Also ich würde ja Timo verdächtigen, weil er Leute, glaube ich, gesucht hat. Kann das sein? Also Lisa sieht so aus, als würde sie arbeiten. Lisa vertraue ich jetzt mal. Ja, Lisa sieht ganz klar aus, als würde sie arbeiten, ja. Also Lisa wirkt ganz klar, als würde sie arbeiten. Lisa macht auch nicht die Türen zu. Ich glaube, es ist Lukas oder Timo, weil die sind immer so auf Türen und Oxygen mäßig. Also ich glaube, dass es definitiv... Oh, ist noch was drin. Ich glaube, dass es Lukas oder Timo ist. Ich kann nur noch nicht sagen, welcher. Oh, ich hasse das. Ja, Mann. Ja, Mann! 1, 5, 7, 3, 7. Weiß nicht, ich traue Tobi nicht. Ich habe bisher noch keine Leiche gesehen, aber es ist sehr, sehr viel so Imposter-Stuff. Also ich glaube, Lisa ist es nicht. Tobi glaube ich auch nicht. Ach, nee, anderswo. Ja? Ich habe gerade gedrückt und wurde dann gekillt. Stark. Was? Ich habe dann gekillt werden, sehr stark. Alles klar. Hä, aber du lebst hier noch? Nein, aber ich glaube, Typ ist wirklich so, sonst hätte das doch nicht gecallt. Hä? Hä? Oh, lol. Stimmt, du bist wirklich grau, ja. Oh, ja. Was ist das? Das ist... Ja, da fahre ich nicht mit... Ja, aber... Also ich... Okay, da dachte ich mal nicht mit entscheiden. Aber... Ich weiß, ich glaube, Tobi ist auch nicht so der Profi in dem Spiel. Deswegen denke ich, dass es Lukas ist. Weil Lukas... Guck mal, hier sind immer die Türen auf und zu gegangen. Und Oxygen und sowas. Das sind keine Booths. Ich lege meine Hand ins Feuer für Lisa. Weil Lisa... Ich habe extra... Wer ist denn in Admin gelaufen? Entweder Lukas oder Lisa ist nach Admin gelaufen. Ich habe extra gezählt. Ich bin gerade in Admin rein, weil ich Upload machen wollte. Ja, du hast... Okay, dann war Lisa das nicht. Lisa kann es nicht gewesen... Was war das denn? Lisa war das nicht. Im Admin-Bereich niemals. Nein, nein, im Metray, habe ich gesagt. Ach so, ach so, das meine ich. Entschuldigung. Und das Ding ist, wenn Timo gerade Emergency Meeting gemacht hat, muss er gerade gestorben sein. Also muss einer von euch irgendwie lügen. Also ich habe gerade das Schild reaktiviert und ich war davor, habe ich gesehen, wie Lisa die Kabel gefixt hat, deswegen war es Lisa auf keinen Fall. Für Lisa lege ich meine Hand ins Feuer, weil ich habe extra mal gezählt. Sie hat ungefähr von der Zeit her auch regulär Kabel gefixt an beiden Stellen. Also Lisa war safe nicht. Weißt du, Tobi? Ich weiß nicht, wie lange Tobi das Spiel schon spielt, weil der Imposter wirkte sehr intelligent und deswegen glaube ich, dass es die Kabel war. Aua! Ey, irgendwer versucht mir das jetzt in die Schuhe zu schieben. Also das Ding ist da, ich auch der Meinung bin, Lisa gesehen zu haben, wie sie in Admin reingegangen ist. Und Fabi habe ich nicht gesehen und Lukas habe ich nicht gesehen, weil es jetzt einer von euch. Ey, ich kann Tobi nicht einschätzen, aber Tobi war schon so oft. Also ich kann Fabi safen, ich bin an ihm vorbeigelaufen, unten bei Shields. Ja, genau. Ich war ja auch am Shields am Ende gerade. Aber ich bin direkt zu Admin hoch. Dann ist es Lukas. Ich war gerade im Wettbewerb, aber okay. Ja, okay, votet mich raus. Wir wissen, dass es Tobi war, wenn es Lukas nicht war. Wie konntest du mich gehen, obwohl ich gedrückt habe? Keine Ahnung. Ich hab gedrückt, ich war im Screen und dann sehe ich, wenn ich mich abgestochen werde. Warum bin ich schon wieder der Erste gestorben? Ich musste irgendwie einen töten, so. Und tut mir leid. Ja, und dann bin ich wieder, weißt du. Tobi, da war Max. Ich war in Kameras und du bist dreimal in Admin reingelaufen in einer Minute. Die Folge ist auf jeden Fall, Max stirbt immer als erstes oder so. Heißt sie immer wieder Max. Hey, und Timo, ich dachte, du willst mich halt so callen, weil ich aus Wettbewerb rausgewendet bin. Alter, damit mach ich aber auch Schluss für heute. Danke fürs Reinschauen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr richtig gelegen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.